hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal und zwar ben und add mit den jungs zusammen ein anderes spiel sag mal hallo hallo ich grüße euch das wird lustig wir haben ja gesagt wir wollen ja ein paar andere spiele spielen und dann dachten wir es war gerade im angebot und dachten ja ja wir sind mal gespannt wie das hier so läuft sehr schön ich hätte ich hätte ein wo musst du hin ich denke mal die meisten kinder spiel wahrscheinlich von ich hab dir nichts getan was soll das kettensäge das war eine herausforderung aber du hast doch auch eine gehabt ich weiß nicht so wirklich warum ach so joden geht's lang auch nein ich habe nur vier leben mann seid ihr tot bist du gemein ich habe mich nur erfahrung also ich verbrenne jetzt auch wenn ich respawnen für die jungen leben ich bin verbrannt ok ich bin kaputt ich hab nur vier leben mit dem hohen ich glaube wir müssen uns einfach nur umbringen das ist ja ein toller start für die aufnahme komm 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 ich kann ich komm her komm 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 geh 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 runter geh hol dir auch den löffel nein hau ihn hau ihn ja wie geht es nicht slagg ey du musst ihn treffen ja ich ich äh touchdown das ist super okay das war eine falsche map irgendwie natürlich hat die tahoe gewonnen sollte kein parkour werden natürlich ja aber warum geht das hier nicht ich dachte es ist ein anderes spiel du musst weitermachen ne du musst sterben hä mhm oder ins ziel hä ja wo ist ein ziel es gibt kein ziel guck doch mal um ich geh da rüber ich geh jetzt wo ist das hud hier oh ebi mit dem hohen fliegen ah guck mal meinst du ist das der sinn dahinter ich glaub nicht na gut das war die erste runde ja es kann nur besser werden es kann nur besser werden es kann nur besser werden lief game einfach gleich raus alter vier so dann bitte ein anderes level aber gerne doch äh ich nehm jetzt einfach mal oh ja hier den tower den tower sieht ja gut aus hier ach ach du ahnst es nicht ach du ahnst es nicht ach ach ja ich hoffe euch gehts gut liebe community ok wir feiern ein bisschen mit uns mit hier ist mal was anderes als bernkoste ist ist mal ja durchaus anderes ja ok ich muss ja what wie geht das denn wie geht das denn wie geht das denn mit linker mausarzt können wir uns verprügeln ah na super geh weg ach ach nein oh nein ich nehme noch der leo rennt schon ins ziel und wir sind hier noch am umalbern ich bin aber auch fast tot wo gehts hier lang wo gehts hier lang wo gehts hier lang wo gehts hier lang meistens nach oben ja ist ok ah da oh da ist ein messer also mit dem kopf komme ich ganz gut voran muss ich sagen ja der kopf ist tatsächlich ganz praktisch der klein ist ne ok 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 ach die pfeile sagen wo ich schon hin muss nein ich weiß nicht ob man hier weiterkommt mit dem kopf ich glaube nicht oh doch wie hast denn das gemacht das geht das geht boah alter nein nein wie hast du das gemacht ich sag dir grad nichts äh du kannst selbst mit dem kopf kannst du rennen also auf Grenzrücken ah ok verstehe ich kann mit meinem körper nicht rennen och maaaann waaann oh oh mein kopf ach dir gehts ja gar nicht oh oh shit ich dachte da gehts weiter oh gott hier gibt es gar keinen checkpoints oh echt jetzt nochmal neu komm nein oh ich lebe noch ich lebe noch ich bin noch am Leben oh ich vergesse jedesmal dass da dieses dumme Messer ist ne du fühlst du ein bisschen was vom körper also ich komme ja ganz gut durch gerade ja glaub ich hoff ich der körper ist auch eigentlich nur ich bin ein wunderschöner Regenwurm ich kann nicht sprechen ich kann nicht sprechen wie lustig ist das denn hier ey er spricht nicht er spricht nicht mehr ich schmeiß meinen Kopf rüber das ist mir scheißegal jetzt ach stimmt das geht ja auch noch stimmt wo muss ich denn hin nein 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 man also wenn du rinderfällst dann platzt deinen kopf den habe ich auch mal so wie soll das denn hier ah das war eine gute idee oh mein kopf ist ab ich bin noch nie so weit gekommen mit metallen körper weil ich sag es auch noch so laut alter okay ich habe natürlich das beschissenste level wieder ausgesucht natürlich natürlich ja das war knapp wie knapp das gefühl sind aber auch eigentlich alle oder gut wir haben aus außerdem geht es auch nach sechs minuten wieder weiter wieso ich war gar nicht ruhig kann respawnen ich muss weiter hoch ich habe ein bein verloren ach du liebes bisschen ja ich bin ganz unten leute nein hey der kopf rollt so schnell och mann check point check point ist einfach krass da oben alter wie schwer ist das hier ich bin auch einfach ein bisschen zu ungeduldig glaube ich für das spiel also er sagt wie schwierig das ist weißt du und hängt schon da oben ich habe kein unser körper mehr dass oh nein 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 checkpoint das gibt's doch nicht okay ich muss auch gerne mal ein checkpoint sehen ich muss eigentlich doch schmeißt jetzt das ist ja direkt mein kopf hoch nein es hat mir erst mal die erst mal ganz schön viel was gespart jetzt hier an zeit gut hätte ich vielleicht noch ein bisschen höher sein müssen also ohne körper bist du glaube ich auch besser dran ich habe auch das gefühl das denke ich mir auch manchmal wenn ich mir irgendein schmerz habe wobei wo besser auch dann auf kopfhöhe sind ne halt ich find's witzig dass ich mit dem kopf oh ich bin im goaal ich bin im goaal nicht im ernst goal 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 oh mann ja ihr seid loser seid ihr loser Niederlande wir streamen aber also wir nehmen auch gerade auf bei dem spiel Niederlande gegen Türkei Niederlande für 2-1 gegen die Türkei und neunzigste spielminute ich darf es ja sagen weil es ist ja eigentlich schon in der zukunft ja das stimmt also wer jetzt noch auf Niederlande tippt aha endlich mal ein checkpoint oh ecke ecke guter Niederlande oh gut oh oh gut oh ganz oben Ei, 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 ei. Hast du ein Checkpoint oben erreicht? Ja. Ja, ich ja. Ich bin fertig. Ja, ja, bin du doch ich. Ich schau jetzt gerade dem Leo zu. Oh, nein. Entler drücken, Enter, Enter, Enter. Ja, ja, ich weiß. Ah, komm. Ich bin mit dem Kopf sehr gut hochgekommen, muss ich sagen. Es kommt auf jeden Fall nochmal ein Checkpoint. Gibt mir Rick. Also, mit dem Kopf fand ich es eben auch ein bisschen einfacher. Wo ist denn hier? Da ist der Kopf, ne? Nee, ich weiß nicht. Ach, ich renne jetzt einfach durch. Das habe ich auch gemacht. Äh. Wieso hast du immer noch 15 Leben? Äh. Und bist du die ganze Zeit gestorben? Bin ich? Jetzt. Nein. Nicht jetzt. Laufen. Ja, ich habe bin gelaufen. Also mit dem Kopf bin ich einfach drunter und durchgerollt. Ja, bin ich eben auch. Mit der europischenem Zieh? Ja, mach den Kopf weg jetzt hier. Mach den Kopf weg jetzt hier. Mach den Kopf weg und schmeiße ihn. Ja. Oh. Stimmt. Ich werfe aber mit diesem blöden Kopf da jetzt rüber. Ja, man muss aber erstmal da hoch. So. Nee. So. So. Ah. Denk dran, die können deinen Kopf. Ah, die nicht. Die auch nicht. Da kannst du durch. Ich sehe dich halt nur von einer Perspektive, ne? Jetzt würde ich den Körper wieder nehmen. Du kannst die Maus aber drehen, ne? Du kannst ihn theoretisch. Ist es kein Checkpoint, wenn ich den... Ah, mit der Maus kann ich drehen, ach so. Weil ich spiele ja mit Controller. Ja, das war ein Checkpoint oder nicht? Ja. Das war doch ein Checkpoint. Ja. Warum gehst du nicht da hin? Ich hab doch den Checkpoint doch. Ach so. Links. Hoch. Und runter. Und nicht so... Nicht runterspringen. Nein, vorsichtig, vorsichtig. Das Messer, das nächste ist... Du musst jetzt hier rechts... Einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Rechts oder links? Ich verwirr mich. Ach ja. Macht aber doch nichts. Mann, hast du lange dafür gebraucht. Das war schlimm, dass wir mal auf dich wachen müssen. Ja, echt. Guck mal, 8 Minuten hat er gebraucht. Da ist er, der Bluefire. Warte mal. A.k.a. Dennis. Ja, Judd and Run's sind einfach nicht meine Welt. Ja, aber wir machen noch eins für die Folge und dann gucken wir mal. Aber nur eins für die Folge. Ja, nur noch eins für die Folge. Hier, die Boxfun nehmen wir jetzt hier einfach. Die Boxfun. Ich seh nix. Oh, das sieht echt nach Fun aus. Ich mag dieses Steak. Das sieht immer aus wie ein Herz. Ja. Hallöchen. Oh, oh. Einfach springen. 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 Einfach springen. Immer springen. Oh. Nein. Nochmal springen. Einfach springen. Immer springen. Immer springen. What? Immer springen. What? Immer springen. Immer springen. Oh. Nein, nein, nein. Aua. 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 Hast du mich da weggetreten? Ich mach gar nichts. Aua. 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 Thor's Hammer. Ich hasse Thor's Hammer. Thor's Hammer? Was ist denn eigentlich, wenn ich hier drauf springe? Ah. Ach so. Ich wollte jetzt mal schlau sein. Ich wollte jetzt mal schlau sein. Echt? Und? Warst du's? Nö. Ich war ziemlich dumm. Oh, wir sind ja Fallklappen. Ich bin aber auch ein bisschen dumm, ey. Wir sind dumm. Wir sind teilweise dumme, 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 dumme. Ich hab nur noch vier Leben hier, ey. Au, 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 au. Aua. Aua. Die Box war scheiße. Aua. Ich raste, ich, ich, ich raste gleich aus hier. Bluefire, beruhig dich. Denk an dein Wortwahl, ne? Hat man alles schon. Aua. Aua. Ist mir egal. Aua. Ich lebe noch. Was soll das? Oh, Mann. Warum sind hier zwei Hammer? Das Piano unterstreicht auch alles so ein bisschen. Ja. Ich wollte gerade drüber springen, Mann. Aua. Aua. Nein, 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 nein. Vielleicht bin ich auch einfach, ich bin einfach fast ungeduldig. Oh, komm schon. Ja, ist mir auch gerade passiert. Wann schon, wann schon hab ich, wann schon hab ich das Gefühl, ich bin einfach so ungeduldig. Hm. Bewegen die sich, die Köpfe? Ne. Geil, so weiter geht's. Gott sei Dank. Aber diese Runde gewinne ich, das sag ich dir. Oh Gott. Oh Gott. So nicht. So nicht. Ich werfe meinen Kopf. Ich werfe meinen Kopf und treffe genau ein ins Messer. Ich bin tot. Ich schmeiß jetzt meinen Kopf in den. Das kann's nicht sein. Es kann. Weißt du. Wie? Und dann kommt der. Nee. Du. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das war echt eine schöne Runde. Das war echt ein schöner Abschluss auch. Ein Sekunde Unterschied. So ein Mist. Bei dem Spiel muss ich mich echt zurückhalten, ey. Das ist echt fies, ey. Lass einfach alles raus. Lass deine Emissionen freien Feinden auf. Nee, das willst du nicht, ey. Ja, 16 Minuten, würd ich sagen. Das ist eigentlich für den Einstieg auf jeden Fall erstmal in Ordnung, würd ich sagen. Ein Einstieg ist doch ne Ahnung, ne. Ja, wenn's euch gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen hoch da lassen, ne. Und, oh, vielleicht gehen wir noch die Shinguin dazu, um mal mitzuzocken. Oh, das wär auch cool. Das wär richtig lustig. Ja. Mehr Chaos ist gut. Immer mehr Chaos. Bleiben wir dabei, ja. Ja. Ja, was willst du sagen? Ja, wovon? Jo, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. So, wollt ich sagen. Ja. Sehr gut. Geil. Also, bis dahin. Mach's gut. Und tschüss. Willkommen auf Seven Cents mit Metaro, Rick und Bluefire. Achterbandträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welten hoch hinauf. In Pläne kommt's das Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von dieser Euphorie.